Ich beschäftige mich hauptberuflich mit Lehmbau seit 1992 ungefähr und 1999 etwa ist das Projekt dann entstanden, eine Lehmpassivhauskonstruktion zu machen und dann eine Firma, die solche Fertigteile produziert. Dann haben wir den Prototyp als Haus der Zukunft Demonstrationshäuser, also eines von sechs österreichischen Häusern gebaut, 2004, also vor 16 Jahren, eben auf der Grundlage von einer Holzkonstruktion mit einer starken Lehmbeschichtung und Stroh als Dämmstoff, damals noch Palmstroh. Und das Ganze auf Passivhausstandort, um zu zeigen, dass man mit diesen Naturmaterialien und ohne technische Folien auch den selben technischen Standort erreichen kann. Aus der Überlegung, dass es nicht genügt, nur Energieeffizienz, Energieeffizienz zu machen, sondern dass es auch die graue Energie, also die Energie, die in den Bauteilen steckt, möglichst reduziert werden sollte. Und das ist dann in der Monitoring-Studie auch bestätigt worden, dass dieses Demonstrationsprojekt, das Haus, das jetzt seit 16 Jahren steht, mit Abstand die beste Ökobilanz von allen Untersuchten-Demonstrations-Gebäuden hat. Also das ist der Aufbau einer Lopas-Außenwand mit einer dicken Beschichtung von viereinhalb Zentimeter Lehmputz, wobei vier Zentimeter bereits im Werk aufgebracht werden und dann ein halber Zentimeter auf der Baustelle als Feinputz. Dann gibt es hier, nicht sichtbar als Luftdichtheitsebene, die Lehm-Vlies-Schicht. Das ist eine Technik, die ich auch 2003 entwickelt habe und von der Holzforschung Austria getestet wurde. Die stellt eben die Luftdichtheit her, ist aber kapillardurchgehend leitfähig. Dann gibt es die Beplankung, statisch wirksam mit Rauschalung. Und dann gibt es die Riehebene, die je nach statischem Erfordernis ausgebildet ist und gefüllt heute mit Strohhäcksel unter Druck eingebracht. Beim Prototypen waren das noch Strohballenteile. Außen ist hier bei diesem Gebäude eine acht Zentimeter Lehm-Außenputz-Schicht drauf und also nicht diese Art von Holzverkleidung auch wieder auf der Lehm-Vlies-Schicht, die in dem vorher eigentlich nur die Funktion einer Windbremse hat. Und das war der erste Versuch, eine bewitterte Lehm-Außenputz-Oberfläche zu machen, weil das ja auch eine große mineralische Masse ist, die man vor Teuf durch Lehm ersetzen kann. Und da waren also die ersten Versuche, wieder diese historische Kuhmist-Stabilisierung zur Hydrophobierung des Außenputzers zu verwenden und das Ganze dann über insgesamt jetzt bisher 16 Jahre zu beobachten. Mittlerweile ist es auch gelungen, das Ganze zu verbessern. Es gibt einen weiteren Prototyp draußen. Das Fertigteil vom Eingangsbereich, da fehlt also seit vier Jahren kein Sandkörnchen mehr und das ohne chemische Stabilisierung. Aus der Kombination von dieser natürliche Stabilisierung mit Pflanzenfasern. Ihr habt jetzt im Haus 40 Wandaufbau, also 40 Zentimeter? 55. 55. Also 40 Stroh. Also 40 Zentimeter Dämmstärke, ja. Hier oben sind es, glaube ich, hier 66 Zentimeter. Und unten sind es auch mehr. Und hier sind es auch diese 40. 40 plus Schaffwolle, oder? Nein, es ist im Prinzip ein Außenwandelement und die Fußboden-Polsterholzebene ist mit Schaffwolle zusätzlich gedämmt, hauptsächlich aus akustischen Gründen. Ja, warum wurde in den Dachfertigteilen mehr gedämmt? Ganz einfach, weil die Wärmedämmung auf der obersten Decke den meisten Effekt bringt. Weil dort sind die Wärmeverluste am größten. Und beim Stroh sind die Materialkosten ja recht niedrig. Und da ist es dann von der Arbeit her fast egal, ob da jetzt 40 oder 60 Zentimeter eingebaut werden. Und wir haben eben hier so ein bisschen versucht, auch Tuning zu machen, so wie man das im Auto sagt. Also, dass wir wirklich konsequent alle Wärmebrücken auch noch zusätzlich überdämmt und möglichst eliminiert haben. Zum Beispiel der Bereich der Kopfschwelle im obersten Geschoss. Da gibt es eine Auskragung, also das ist der Beschattungselement. Das kragt 1,65 Meter aus und auch der Beschattungsbalkon aus Schilf kragt aus. Und diese Auskragung oben ist ein Spitz und der ist zum Teil mit Stroh wieder gefüllt. Und auch auf der Nordseite ausgeführt und das war eine Überlegung einerseits, um zu zeigen, dass ein Dachüberstand für die Erosion oder die Beanspruchung des Außenputzes nur so weit wirksam ist, als er raus steht aus der Wand und dann um 90 Grad runtergeklappt und das hat sich dann auch bestätigt. Und bei diesem nordseitigen Vorsprung ist es so, dass der jetzt auch die nächtliche Absprallung in den Weltraum ganz deutlich verringert. Ein eindrucksvolles Beispiel für die Wiederverwendbarkeit von Lehmbaustoff war ein BOKU Lehrgang mit Studenten. Und da wurde in der Nähe von Museumsdorf Niedersulz leider ein 300 Jahre altes Lehmhaus abgetragen. Und wir konnten da unter anderem auch eine Fläche von Lehmbutz abnehmen, die also ganz offensichtlich aus dem Bauzeitpunkt war. Wir haben die dann in unserem Versuchsmauererwenden wieder aufgeputzt, also eingeweicht und Lehmbutz daraus gemacht, wieder aufgeputzt. Und siehe da, nach 300 Jahren hat er wieder genau die gleiche Eigenschaft gehabt ohne Veränderung. Wir haben ihn dann zum Teil in Sicht, zum Teil als Unterputz für einen modernen Lehmbutz verwendet, aber das ging ganz problemlos. Diese Quodostock-Lehmziegelmauer stammt aus dem Abbruch eines alten Lehmhauses im Weinviertel. Es ist ziemlich genau das Alter bekannt mit 250 Jahren. Und auch das Stroh, das da in den Quodostock-Lehmziegel drinnen ist, ist so frisch wie vom vorigen Jahr, obwohl das 250 Jahre in einer Außenwand eingebaut war. Wurde mit Lehmfertigmörtel wieder neu aufgemauert und ist insgesamt eben auch ein Zeichen für die Wiederverwendbarkeit von Lehmbaustoffen. In Deutschland sagt man ja Lehmsteine. Korrekt ist es, wie heißt es, Lehmquader, heißen die ja. Und im regionalen Dialekt Quodostock. Zum Unterschied von den normalen Lehmziegeln. Die wurden also bis Mitte 19. Jahrhundert, hat man diese Ziegel handgeschlagen, meistens am eigenen Hof in den Dörfern. Und auch die Konstruktion hier ist eine historische, lasttragende Frustenstockbauweise. Und diese Art des Türstocks ist einfach genial gewesen. Die hat man so eingebaut und damit war es gleichzeitig überlagert und fertig. Super, ja. Und darüber hat sich dann ein Scheingewölbe ergeben. Dat man so sehen, wie heißt es, Lehmann ist ein Zeichen. Rechnerisch war der U-Wert dieser LOPAS-Außenwand 0,09 und dann gab es das Monitoring-Projekt, wo also der tatsächliche Heizenergieverbrauch gemessen wurde und statt nach dem Passivhausplanungspaket wären es rechnerisch 14 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr an Heizwärmebedarf gewesen, nach einer zweiten wären es 12 gewesen und tatsächlich gemessen wurde dann der Heizwärmebedarf mit 7,5 im Durchschnitt von zwei Wintern und das zeigt eben, dass die tatsächliche Wirksamkeit von so einer Strohdämmung doch noch höher ist als rechnerisch nach den Prüfzeugnissen. Ja, also ich war auch sehr vorsichtig, aber im Prinzip überzeugt hat mich eigentlich meine Erfahrung aus der Analyse und Bauberatung für die historischen Lehmbauten in Ostösterreich. Du hast da unten ja schon eine Aufnahme gemacht, das Stroh in dieser Außenmauer ist 250 Jahre alt und ist genauso elastisch, wie wenn es im vorigen Sommer geerntet worden wäre. Also man muss eben wie bei jeder Konstruktion und bei jedem Haus darauf achten, egal aus welchem Material es gebaut ist, dass es weder von unten nass wird, noch von oben nass wird. Und wenn das einwandfrei gebaut ist, dann hält das Stroh sozusagen ewig. Und wenn man es schlecht verarbeitet, dann wird jedes Material kaputt. Es hat sich gezeigt, dass wenn es also bei einem, es gab schon mal einen Rohrbruch und da war dann der ganze Bereich durchnässt und es wurde dann mit kalter Luft wieder getrocknet und das hat die Strohdämmung schadlos überstanden. Während in einem anderen Bereich, in einem Durchgang beim Technikschacht, gab es eine Mineralwohldämmung und die ist dann einfach zusammengefallen und musste ersetzt werden. Was mich dann auch natürlich noch fasziniert hat, ist, dass man Stroh ohne chemische, ohne Pestizide, Insektizide und so weiter, ohne die üblichen Stabilisierungsmaßnahmen einbauen kann, wenn die Konstruktion geeignet ist. Also in unserem Fall wird sie eben im Prinzip zwischen zwei kapillarleitfähige Schichten eingebracht und damit wird sie ständig entfeuchtet. Und die Messungen in dieser, über lange Jahre gab es immer wieder Kontrollmessungen in der Außenhülle des Demonstrationsgebäudes da in Datendorf. Und es war immer am untersten Limit der Gleichgewichtsfeuchte von Stroh. Das heißt, es war Stroh trocken im wahrsten Wortsinn. Das heißt, es war für mich. Beim Strohballenbau ist es natürlich ein größeres Risiko, wenn die Ballen auf der Baustelle lagern und dann kommt so wie gestern ein Sturm und reißt die Optik dann runter und das Ganze wird nass und dann wird es doch vielleicht feucht eingebaut, das kann natürlich zu Problemen führen. Aber das ist der Vorteil der Vorfertigung in der Halle, wo man alles entsprechend dem Zertifizierungsprogramm unter Kontrolle hat. Das fängt bei der Ernte an und endet eigentlich bei der Montage. Das ist eben der Vorteil der Fertigteilbauweise, dass man das alles im Trockenen und unter kontrollierten Bedingungen machen kann. Die Montage ist ja, wie du sagst, für ein Einfamilienhaus in drei Tagen erledigt. Und dieses Haus hier mit 320 Quadratmeter Nutzfläche ist von Montagfrüh bis Freitagnachmittag aufgestellt worden. Danach kommt dann der Innenputz, dann der Innenausbau. Damals waren die Fenster noch nicht eingebaut. Aber danach, das war im Herbst 2004, nachdem dann die Fenster drinnen waren, hat man in aller Ruhe und Frost geschützt den Innenausbau machen können. Weil eben durch den Passivhausstandard wird es gar nicht so kalt. Also wenn dieses Haus zwischen Weihnachten und über Dreikönig mehr als 14 Tage leer steht, ist es noch nie kälter als 12 Grad geworden drinnen. Das ist aber allgemein eine Passivhauseigenschaft. Das ist also jetzt nichts Spezielles, was mit Lämm und Stroh zu tun hätte. Das ist auch nicht so kalt. Das ist auch nicht so kalt. Das ist auch nicht so kalt. Untertitelung des ZDF, 2020